Daimon Style, so lautet der Name des neuen Friseursalons im Lambert Areal, den die charismatische Nicole Bitschner führt. Vor vier Monaten hat sie sich einen lang gehegten Traum verwirklicht und ihren eigenen kleinen, aber bezaubernden Friseursalon für Frauen, Männer und Kinder aufgemacht. In gemütlicher Atmosphäre kann man sich hier entspannt in die Hände der Friseurin aus Leidenschaft begeben. Denn wen man mit der Schere an seiner Haarpracht lässt, ist absolute Vertrauenssache. Das Schöne am Friseurbesuch ist ja auch ein ausgiebiger Tratsch. Und da im Salon keine weiteren Angestellten beschäftigt sind, geht es ruhig zu. Die Geheimnisse bleiben vor fremden Ohren sicher. Für ein Stündchen kann man hier die Sorgen der Welt draußen lassen, relaxen und sich nachher natürlich über eine tolle Frisur freuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017